Ich muss einmal kurz was nachschauen. Wir sind nur über 30. Ja, das habe ich schon aufgeschrieben. Ich habe hier meinen schlauen Zettel. Ich habe hier meinen schlauen Zettelchen. Jetzt schreibe ich mir alles auf, damit ich auch ja nichts vergesse. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, das ist noch vom letzten Mal eingestellt. Ich hoffe, dass es passt. Du zuckst von deinem Papi und ich schaue es. Staffel 4, Folge 10. Ich bin jetzt Staffel 4, Folge 1 oder Folge 2. Ich bin gestern bei eingeschlafen und habe es dann irgendwann wieder ausgemacht. Ach, ich kann ja mit Controller spielen. Oder? Ja. Oh, das ist aber wieder umgekehrte Steuerung. Oh, nee. Das ist aber... Steuerung. Das ist aber wirklich umgekehrte Steuerung. Bist du irre? Hast du leck gesoffen, Frisch? Alter, Mann. Das habe ich mir auch gedacht, ey, aua. Alter, Falter. Mein Mann, danke für die Hunde. Oh, wenn sie echt gerade. Alter. Oh Gott, ich werde nicht mit Controller spielen. Ich spiele mit Maus und Tastatur. Einfach. So ein Status. Ah ja, ich habe auch 400 Tage. Sehr gerne. Seine Eis. Okay. Wieder und ich schreibe dich an. Was hier mit Trif in der Familieplanung? So ungefähr. So ungefähr. Ach so, ich... Warte, das kann ich einmal hier wegmachen. Das freu ich nicht mehr. Oh, ich habe Schiss. Ich habe jetzt schon Schiss. Oh. Fünften, zehnten, zwanzig. Mhm. Oh Gott. Mehr Hilfe von der Benutzeroberfläche. Ich hätte gern die... Danke. Ich hätte gern Standard. Boah. Ich habe jetzt mal mein Headset weggeworfen. Was schreckt. Nein, warum tust du denn sowas? Oh Gott. Warum tue ich das? Ich habe jetzt noch ein Hexer. Ich habe jetzt noch ein Hexer. Ich sterbe jetzt schon vor Angst. Ich weiß gar nicht, wie die Störung geht. Ich bin mit dem Glück im Fernsehen. Und dann bist du bald ein. In eine schöne Woche. Danke. Dir auch. Mein Schatz. Schlaf schön. Bis morgen früh. Vielleicht sehen wir uns ja noch. Vielleicht haben wir ja auch noch die Hoffnung und das Glück, dass wir Hellblad noch spielen können. Rein theoretisch könnte ich es anfangen. Wahrscheinlich nur, wenn nicht lange gehen. Ich bin ein Verkürztes. Ich bin ein Verkürztes. Ich bin ein Verkürztes. Das ist ein Verkürztes. Die ganze Familie hat sich in der Falks-Drucke in der Region. Es ist sicher, es ist. Das ist gut. Ich habe ein Freund auf der UGA. Du studierst da lange? Ich habe eine 6 Jahre. Du kennst deine Frau in Athens? Du willst wissen, wie ich es sehe? Ich dachte, das war nichts. Er war verdammt weit auf der Straße. Er ist alles nicht bereit. Sie sind wie ein Kind. Du bist wie ein Baby auf einem Flughafen. Ich habe ein Foto überrascht. 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 Es war nicht ich. So, hat er das gemacht? Sie haben den Mann gebrochen. Stabbing seine Frau, cutting sie auf als die Jungs kam durch die Tür. Er sitzt in meinem Auto, screaming, blöde murder, dass es nicht er. Ich glaube, er hat sich selbst glaubt. Es zeigt, dass die Leute auf und go mad wenn sie glauben, dass ihre Leben vorbei ist. Ich habe eine gute Idee für dich. Guck nach vorn! 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 Ich habe jetzt schon Schiss! Ich hab jetzt schon Schiss, ich hab jetzt schon Schiss, ich hab jetzt schon Schiss. Ich hab jetzt schon Schiss! Mooooooon! Nein, 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 nein! Hilfe! Mami! Oh, das wird jetzt ganz furchtbar. Das wird ganz furchtbar. Ich hab schon ganz nusse Hände. Oh Gott. Ich hab echt schon nusse Hände. Oh! Du hast Angst, erst mal was essen. Ich seh den Sohn. Hey! Hey Officer! Schreit nicht! Ich bin immer wieder hier! Was zur Hölle hat er seinen Schiss? Mhm. 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 Ganz übel. Ganz übel Scheiße. Ja. Boah, vor allem der ist ja schon angelaufen, ne? Ganz schon richtig grünlich. Grau, grau, grünlich. So, hat Spaß gemacht? Hier hören wir auf. Ich bin nicht. Ach, mach es aus. Ich bin nicht. Ja. Das ist gefährlich. Ich bin nicht nur nach, wenn es nicht passiert. Das ist schitzt, was da. Hast du schon mit den anderen Anfausten an? Aber ich bin nicht. Das war so lang, ja, ne? Das Schlimmste ist, ich kann die Steuerung halt nicht, ne? Das ist doch nochmal spannend. Ja, dann lad nach. Oh, Alter. Ich will da nicht hin. Ich hab Angst vor Zombies. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich brauche mal ganz kurz, dass es nichts passiert, ne? Aber, oh Gott, ich weiß, was ist passiert. Ich weiß, wenn ich will. Was ist wie? Oh Gott, ich will nicht. Ich weiß, was passiert und das ist das Schlimmste. Ich weiß, was passiert. Das ist ganz furchtbar gerade. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ja, du Vollidiot, lass das Auto fallen. Ich kann nicht, ich kann nicht. Weißt du, das Schlimmste sind wirklich die ersten paar Minuten in diesem Spiel. Die sind einfach so die Schlimmsten. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich bin echt ein Schisser. Ich bin ein ganz großer Schisser. Boah, einfach auch die Musik dazu. Ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Ich will nicht hingucken, ich will nicht hingucken. Ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Oh, scheiße, 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 nein, 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 ich habe nicht gestoppt und leck mich nicht sterben das war ein kurzes spiel das war ganz das war oh gott der kam ein bisschen zu sehr zum kuscheln ja auch schon gleich so weit zurück nein nicht nur eine extra sequenz komm du hast das zum ersten mal noch gelernt eigentlich mit der piste also mit der waffe einfach können gott allein dass die geräusche vielleicht hätten wir doch hellbläde spielen sollen ich bin echt nicht besser ungefähr so könnt ihr euch ein horror game vorstellen das ist die version die leicht ruckelt die steam version ruckelt immer leider einer konsole nicht deswegen hatte ich mir die collectors ja geholt das problem ist wie gesagt sie ist leider in einer der umzugskisten deswegen wir spielen das irgendwann nein ich spiele das nie nochmal aber die anderen teils 2 3 und 4 werde ich dann auf der ps4 wieder spielen den spielstand habe ich dafür ja aus dem vorherigen game das heißt hier wenn ich die entscheidung verkacken ist es nicht so wild wenn ich entscheidungen hier verkacken ist es halt so wild der wichtige spielstand ist vorhanden auf der playstation noch mal spielt den scheiß nämlich nicht so wild als wenn ich Ohne Witz, als wenn die Zombies so ruhig sind. Was ist eine ganze Horde dahinter? Als ob die da so ruhig schillen auf der anderen Seite. Ja, dann halt die Fresse. Niemand, niemand schreit rum in einer Zombie-Apokalypse. Niemand. Ich weiß, in der Welt weiß man nicht, dass es Zombies gibt, aber trotzdem. Niemand schreit rum. Weißt du, wenn so eine Armee auf mich zukommen würde, das Letzte, was ich tun würde, wäre rumschreien. Na, ich weiß nicht, was ich denn, was ich auch nicht. Der ist auf dem Jetzt. Ich bewege dich. I wonder if anybody's home. Hello? Anybody home? I need a little help. Come in. Don't shoot, okay? Oh, God. I'm not an intruder or one of them. 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 It's fake. Damn. I'm not an intruder or one of them. Maybe there's something on there. I said, if I now know what it would solve. God. Our kid lived here. I'm not an intruder. What's that beeping? Three new messages. Message one. Left at 543 PM. Hey, Sandra. This is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message two. Left at 11.19. Left at 11.19. Oh my God. Finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please. Please. Just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message three. Left at 651 PM. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. 911. We love you. 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 Daddy? Huh? Oh, fuck. Mhm. Mhm. Oh, God. Hello? You need to be quiet. Hmm. Oh, God. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse. Oh, God. Oh, God. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. I can see you through the window. No, 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 no. No, 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 no. Nein. Nein, 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 nein. Oh, my God. Say they're right. Oh. 他儀aking Scheiße. Du bist doch ein Vollidiot, du bist ein Vollidiot, du bist ein Vollidiot. Die fährt, glaube ich, nicht mit dem Spring Break. Es scheint aber schon ein paar Tage alt zu sein. Gib mir, gib mir, gib mir, kleine, gib mir. Ich dachte, ich wollte die Meta-Forten nehmen. Ich bin immer froh, dass man beim Zocken nicht riecht, was man da tötet. Oh, komm, Nahaufnahme. Ernsthaft? Oh. Nee, fast so. Die sind wiedergekommen. Die Frage ist jetzt, wie viel Zeit, das war ja gar nicht so schnell, im Zeitpunkt, dass der Unfall da gewesen ist. Der Mausbruch. Nochmal würde mich interessieren, wer war der Erste, der wieder aufgestanden ist? Oh, ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die, die kommen nicht mehr raus. Nur hast du da für eins geschaut. Ich hab leider keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob das in der Serie wirklich erzählt wird. Also es wird, also was ich weiß, ist ja, dass jeder das Virus in sich trägt. Ich weiß nicht, wie es ausgebrochen ist. Also ich weiß halt nicht, wo du ich, also wer der Erste quasi war. Und was halt der eigentliche Hauptgrund ist. Ich weiß halt so, dass es jeder in sich trägt. Ich weiß nicht, ob du gebissen wurdest oder nicht. Deswegen muss man auch immer das Gehirn treffen. Was ist das Problem? Muss ich bleiben? Was? Ich will nicht in der Trierhaus heute Nacht schlafen, aber ich weiß nicht, ob ich gehen soll. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Was ich halt auch interessant finde, ist, wo wir halt gleich hinkommen. Ich gucke hier auch gerade Walking Dead. Tatsächlich. Und ich will jetzt gleich mal auf zwei Personen achten. Oh, das muss ich aber alle runter. Ich bin kein Vater. Irgendein Typ. Ich will ehrlich sein. Bei großen Entscheidungen dürfte ich übrigens mitentscheiden. mit sponsor zu hören. Wo sind eigentlich nur eineENT пятige dissemination? Sobst du in denости? manchmal weiß der ein aquellos, bei großen Size הואô esimerk. Kann ich nicht werfen, padre Prifteid Musik. Mann nova. Für nur ein paar Leute, es scheint, dass du ein paar Leben gerät hast heute. Das war's für heute. Ich habe eine Plattform, um mir die zu fahren. Echt? Sieht auch nicht ähnlich aus. Kannst du es mir ja privat schreiben? Mich kannst du nicht spoilern. Ich kann es jetzt tatsächlich nicht spoilern. Ui. Ich kenne ja den ersten. Und zum anderen kenne ich die Serie bis zur siebten Staffel. Was ist das? Was ist das? Ich bin mit einem Polizist. 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 Ich bin mit einem Polizist.